Im heutigen Video geht es um ein Film, das sehr gerne bei den Gospel Songs angewendet wird. Es ist zwar ein sehr oft benutzter Lick, aber ich finde ihn einfach immer wieder super. Hi, ich bin der Andi und hoffe es geht dir gut. Schön, dass du zu einem weiteren Video bei mir vorbeischaust. Wir werden uns heute mal ein Gospel-Fill vornehmen und ich zeige euch, wie man diesen spielt und wie man so den Einstieg in diese untypische Spielart vom Gospel Drumming schafft. Das erste, was du machen solltest, um keine weiteren Videos wie dieses hier mehr zu verpassen. Drück auf den Abonnier-Button, gebt mir einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke und schreibt mir unten rein, wie ihr dieses Fill so findet. Ich habe dieses Fill mal auf drei Pattern aufgeteilt. Der erste Pattern ist eine Aufteilung zwischen dem ersten Tom und der Snare und ich spiele ihn mit dem Handsatz rechts, links, links, rechts, links. Und das Wichtigste bei solchen Fills ist immer die Akzentierung. Also das erste Tom spielt ihr knackig, die beiden Linken spielt ihr als Ghost Notes, also sehr leise gespielte Schläge und die letzten beiden dann wieder als Akzente. Das klingt dann so. Wer da noch Probleme hat, sollte sich unbedingt die Techniken drauf schaffen, wie Downstrokes, Fullstrokes, Tabs, Upstrokes. Solche Fills leben praktisch von solchen Bewegungsabläufen. Und ich sehe das Ganze dann auch immer als eine Art Formel an. Also der erste Part ist Full, Tab, Up, Down, Down. Meistens werden die Akzente auf der Snare auch immer mal als Rim Shot gespielt, damit sie im hohen Tempo noch richtig rausstechen. Dazu spielt ihr die Snare mit dem Tipp auf dem Schlagfeil und mit der Mitte des Stockes den Spannreifen zusammen an. Der zweite Pattern ist eine Aufteilung zwischen Bassdrum, Snare mit rechts, Tom 1 mit links und Tom 3 wieder mit rechts. Also Fuß rechts, links, rechts. Nun übt ihr beide Pattern zusammen. Und der dritte Part ist dann noch eine Bassdrum und rechts, links auf dem dritten Tom. Alles zusammen klingt dann so. Und das übt ihr so lange, immer und immer wieder, bis es sich gut für euch anfühlt. So und jetzt kommt eigentlich für die meisten der schwierigste Teil. Und zwar das Ganze in einen Groove mit einzubauen. Aus meiner Lehrtätigkeit, beziehungsweise Erfahrung als Lehrer, ist das für die meisten das größte Problem. Ich mache es anfangs meistens mit meinen Schülern immer so, dass wir das Raster in Sechzehntel unterteilen. Also immer 1E und D, 2E und D, 3E und D, 4E und D zählen. Und die High-Hat immer auf den Zahlen spielen, also der 1, 2, 3 und der 4. Die Bell-Storm auf die 1 setzen und bei der 3 die Snare. Also in der Theorie wäre das Ganze dann ein Halftime-Groove. Aber in der Praxis solltet ihr das Ganze dann als ein Achtel oder vielleicht sogar Sechzehntel-Groove fühlen. Und das Fill dann als ein 32-Break ansehen. Aber als Einstieg finde ich die Herangehensweise am besten. Auch wegen dem schnellen Zählen. Am besten ihr übt erstmal den Groove einzeln, um sich an das Zählen und Spielen zu gewinnen. Und den halten wir heute ganz einfach. Dann nur den Takt mit dem Fill. Und da starten wir dann bei der 2. Also die 1 ist noch ein Teil vom Groove. Und bei der 2 fängt er dann an, diesen Fill zu spielen. Das ist auch so eine typische Anwendung bei solchen Gospel-Jobs. Wo fangen diese Fills an und hören sie auf? Das sind ganz untypische Unterteilungen, die wir so eigentlich nicht gewohnt sind. Und als komplette Übung spielen wir dann immer 3x den kompletten Takt. Und im 4. fangen wir dann bei der 2 an mit dem Fill. Nach einer gewissen Übe-Routine könnt ihr dann vom Zählen her auch mal zu Achtel wechseln. Oder am besten gar nicht mehr zählen. Und übe das auch immer mit einem Metronom. Falls ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr es macht. Wenn euch dieses Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir vielleicht auch mal unten in den Kommentaren rein, ob ihr zu diesem Thema noch mehr sehen wollt. Und zum Schluss versucht euch da etwas am Set aus, indem ihr die Schläge mal anders aufteilt. Oft ist es nur eine Aufteilungssache, warum das Ganze so verrückt klingt. Geht das Ganze immer langsam an und nehmt euch am besten selber mal mit einem Handy auf. Und schaut euch das Ganze in Ruhe an. Und merkt euch die Aufteilungen, die euch dann gefallen. Es gibt zahlreiche Licks und Tricks bzw. Pattern, die euch da weiterhelfen. Viele machen einfach den Fehler, dass sie das Ganze zu statisch sehen. Und klar, viele erklären es immer so mit dem Pattern rechts, links, Fuß, Fuß. Aber der alleine macht es nicht aus. Das sind noch ganz andere Pattern, die man einfach kennen muss und sehr anspruchsvoll sind. Vor allem dann in einem höheren Tempo. Diese Gospel Licks sind oft lineare, untypische orchestrierte Handfußkombinationen, die nicht einfach nachvollziehbar sind. Und diese auswendig zu lernen sollte auch nicht unbedingt das Ziel sein, sondern eher das frei spülen können. Und ich sage jetzt einfach mal, die Kirchenmusik muss man genauso als eine eigene Art von Musik sehen, wie eben der Unterschied zwischen Jazz und Rock oder Blues und Metal. Und sich mehr mit dem Thema letztendlich dann befassen. Also wer noch mehr von diesen Sachen sehen möchte, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.